Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache wieder schnell mit euch zusammen das Türchen Nummer 13 auf, also 13. Und ja, wir fangen auch direkt an. Wir wollen auch nicht lange rumbabbeln und ich zeige euch erst mal das Türchen. Das ist hier direkt. Den machen wir auch direkt auf. So. Und dann wollen wir mal schauen, was sich dahinter verbirgt. So. Ui, das ist aber schön. Und zwar ist das ein Eyeshadow. Da ist das. Und der hat so eine ähnliche Struktur wie meine. Ich hatte ja eins auch in so einer Struktur in Orange. Dann machen wir das Türchen wieder weg. Und dann so. Einmal zur Seite. So. Und das ist ein so lila Ton mit blauem Schimmer. Und der sieht von der Struktur aus, wie gesagt, wie ähm... Ja, wie meiner. In Orange. Und schon einmal eben... Ja, Pigmentierung. Super. Toller Ton. Und der schimmert auch wirklich wunderbar. Und ähm... Ja. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Es sind wunderschöne Lidschatten. Ich mag diese Lidschatten unheimlich gerne. Und ähm... Und ähm... Ich hoffe mal, dass ihr uns gute Looks zaubert. Und ähm... Ja. Genau. Meine Lieben. Das war's schon. Für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich freue mich natürlich auf ein neues Video. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.